wieso kein seit fünf tagen kein video mehr kommen ob ich twitch weitermache ob ein 200 abonnenten special kommt 100.000 klicks special kommen was ich mal kurz zeigen kann also wir sind zumindest kurz davor 97.000 und ob ich mal vielleicht meine beschreibung ändere und warum ich dieses random video gedreht habe all das morgen keine ahnung wieviel uhr haut rein ob ich vielleicht sogar den namen ändere der namen ist nämlich scheiße